2. Buch und 2a Auf diese Weise verfloss den Frankfurtern während meiner Kindheit eine Reihe glücklicher Jahre. Aber kaum hatte ich am 28. August 1756 mein siebentes Jahr zurückgelegt, als gleich darauf jener weltbekannte Krieg ausbrach, welcher auf die nächsten sieben Jahre meines Lebens auch großen Einfluss haben sollte. Friedrich II., König von Preußen, war mit 60.000 Mann in Sachsen eingefallen und statt einer vorgängigen Kriegserklärung folgte ein Manifest, wie man sagte, von ihm selbst verfasst. Welches die Ursachen enthielt, die ihn zu einem solchen ungeheuren Schritte bewogen und berechtigt. Die Welt, die sich nicht nur als Zuschauer, sondern auch als Richter aufgefordert fand, spaltete sich sogleich in zwei Parteien und unsere Familie war ein Bild des großen Ganzen. Mein Großvater, der als Schöffe von Frankfurt über Franz I. den Krönungshimmel getragen und von der Kaiserin eine gewichtige, goldene Kette mit ihrem Bildnis erhalten hatte, war mit einigen Schwiegersöhnen und Töchtern auf österreichischer Seite. Mein Vater, von Karl VII. zum Kaiserlichen Rat ernannt und an dem Schicksale dieses unglücklichen Monarchen gemütlich teilnehmend, neigte sich mit der kleineren Familienhälfte gegen Preußen. Gabald wurden unsere Zusammenkünfte, die man seit mehreren Jahren sonntags ununterbrochen fortgesetzt hatte, gestört. Die unterverschwägerten gewöhnlichen Missherrlichkeiten fanden nun erst eine Form, in der sie sich aussprechen konnten. Man stritt, man überwarf sich, man schwieg, man brach los. Der Großvater, sonst ein heiterer, ruhiger und bequemer Mann, ward ungeduldig. Die Frauen suchten vergebens das Feuer zu löschen und nach einigen unangenehmen Szenen blieb mein Vater zuerst aus der Gesellschaft. Nun freuten wir uns ungestört zu Hause der preußischen Siege, welche gewöhnlich durch jene leidenschaftliche Tante mit großem Jubel verkündigt wurden. Alles andere Interesse musste diesem weichen und wir brachten den Rest des Jahres in beständiger Agitation zu. Die Besitznahme von Dresden, die anfängliche Mäßigung des Königs, die zwar langsamen, aber sicheren Fortschritte, der Sieg bei Lovusitz, die Gefangennahme der Sachsen, waren für unsere Partei ebenso viele Triumphe. Alles, was zum Vorteil der Gegner angeführt werden konnte, wurde geleugnet oder verkleinert. Und da die entgegengesetzten Familienglieder das Gleiche taten, so konnten sie einander nicht auf der Straße begegnen, ohne dass es Händel setzte, wie in Romeo und Julia. Und so war ich denn auch preußisch oder, um richtiger zu reden, fritzisch gesinnt. Denn was ging uns Preußen an? Es war die Persönlichkeit des großen Königs, die auf alle Gemüter wirkte. Ich freute mich mit dem Vater unserer Siege, schrieb sehr gerne die Siegeslieder ab und fast noch lieber die Sprottlieder auf die Gegenpartei, so platt die Reime auch sein mochten. Als ältester Enkel und Pate hatte ich seit meiner Kindheit jeden Sonntag bei den Großeltern gespeist. Es waren meine vergnügtesten Stunden der ganzen Woche. Aber nun wollte mir kein Bissen mehr schmecken, denn ich musste meinen Helden aufs gräulichste Verleumden hören. Hier wehte ein anderer Wind, hier klang ein anderer Ton als zu Hause. Die Neigung, ja die Verehrung für meine Großeltern nahm ab. Bei den Eltern durfte ich nichts davon erwähnen. Ich unterließ es aus eigenem Gefühl und auch, weil die Mutter mich gewarnt hatte. Dadurch war ich auf mich selbst zurückgewiesen und wie mir in meinem sechsten Jahre nach dem Erdbeben von Lissabon die Güte Gottes einigermaßen verdächtig geworden war, so fing ich nun an, wegen Friedrichs II. die Gerechtigkeit des Publikums zu bezweifeln. Mein Gemüt war von Natur zur Ehrerbietung geneigt und es gehörte eine große Erschütterung dazu, um meinen Glauben an irgendein ehrwürdiges Wanken zu machen. Leider hatte man uns die guten Sitten ein anständiges Betragen nicht um ihrer selbst, sondern um der Leutewillen anempfohlen. Was die Leute sagen würden, hieß es immer, und ich dachte, die Leute müssten auch rechte Leute sein, würden auch alles und jedes zu schätzen wissen. Nun aber erfuhr ich das Gegenteil. Die größten und augenfälligsten Verdienste wurden geschmäht und angefeindet, die höchsten Taten, wo nicht geleugnet, doch wenigstens entstellt und verkleinert, und ein so schnödes Unrecht geschah in dem einzigen, offenbar über alle seine Zeitgenossen erhabenen Manne, der täglich bewies und da tat, was er vermöge. Und dies nicht etwa vom Pöbel, sondern von vorzüglichen Männern, wofür ich doch meinen Großvater und meine Ohrheime zu halten hatte. Dass es Parteien geben könne, ja, dass er selbst zu einer Partei gehörte, und davon hatte der Knabe keinen Begriff. Er glaubte, umso viel mehr Recht zu haben und seine Gesinnung für die Bessere erklären zu dürfen, da er und die Gleichgesinnten, Marienthresien, ihre Schönheit und übrigen guten Eigenschaften, ja gelten ließen und dem Kaiser Franz seine Juwelen und Geldliebhaberei weiter auch nicht verarteten. Dass Graf Daun manchmal eine Schlafmütze geheißen wurde, glaubten sie verantworten zu können. Bedenke ich es aber jetzt genauer, so finde ich hier den Keim der Nichtachtung, ja der Verachtung des Publikums, die mir eine ganze Zeit meines Lebens anhing und nur spät durch Einsicht und Bildung ins Gleiche gebracht werden konnte. Genug, schon damals war das Gewahrwerden parteiischer Ungerechtigkeit dem Knaben sehr unangenehm, ja schädlich, indem es ihn gewöhnte, sich von geliebten und geschätzten Personen zu entfernen. Die immer aufeinander folgenden Kriegstaten und Begebenheiten ließen den Parteien weder Ruhe noch Rast. Wir fanden ein verdrießliches Behagen, jene eingebildeten Übel und willkürlichen Händel immer von Frischem wieder zu erregen und zu schärfen, und so fuhren wir fort, uns untereinander zu quälen, bis einige Jahre darauf die Franzosen Frankfurt besetzten und uns wahre Unbequemlichkeit in die Häuser brachten. Ob nun gleich die meisten sich dieser wichtigen, in der Ferne vorgehenden Ereignisse nur zu einer leidenschaftlichen Unterhaltung bedienten, so waren doch auch andere, welche den Ernst dieser Zeiten wohl einsahen und befürchteten, dass bei einer Teilnahme Frankreichs der Kriegsschauplatz sich auch in unseren Gegenden auftun könnte. Man hielt uns Kinder mehr als bisher zu Hause und suchte uns auf mancherlei Weise zu beschäftigen und zu unterhalten. Zu solchem Ende hatte man das von der Großmutter hinterlassene Puppenspiel wieder aufgestellt, und zwar in der Gestalt eingerichtet, dass die Zuschauer in meinem Giebelzimmer sitzen, die spielenden und dirigierenden Personen aber, so wie das Theater selbst, vom Proszenium an in einem Nebenzimmerplatz und Raum fanden. Durch die besondere Vergünstigung, bald diesen, bald jenen Knaben als Zuschauer einzulassen, erwarb ich mir anfangs viele Freunde. Allein die Unruhe, die in den Kindern steckt, ließ sie nicht lange geduldige Zuschauer bleiben, sie störten das Spiel, und wir mussten uns ein jüngeres Publikum aussuchen, das noch allenfalls durch Ammen und Mägde in der Ordnung gehalten werden konnte. Wir hatten das ursprüngliche Hauptdrama, worauf die Puppengesellschaft eigentlich eingerichtet war, auswendig gelernt, und führten es anfangs auch ausschließlich auf. Allein dies ermüdete uns bald, wir veränderten die Garderobe, die Dekorationen und wagten uns an verschiedene Stücke, die freilich für einen so kleinen Schauplatz zu weitläufig waren. Ob wir uns auch gleich durch diese Anmaßung dasjenige, was wir wirklich hätten leisten können, verkümmerten und zuletzt gar zerstörten, so hat doch diese kindliche Unterhaltung und Beschäftigung auf sehr mannigfaltige Weise bei mir das Erfindungs- und Darstellungsvermögen, die Einbildungskraft und eine gewisse Technik geübt und befördert, wie es vielleicht auf keinem anderen Wege in so kurzer Zeit in einem so engen Raume mit so wenigem Aufwand hätte geschehen können. Ich hatte früh gelernt, mit Zirkel und Lineal umzugehen, indem ich den ganzen Unterricht, den man uns in der Geometrie erteilte, sogleich in das Tätige verwandelte und Papparbeiten konnten mich höchlich beschäftigen. Doch blieb ich nicht bei geometrischen Körpern, bei Kästchen und solchen Dingen stehen, sondern ersannen mir artige Lusthäuser, welche mit Pilastern, Freitreppen und flachen Dächern ausgeschmückt wurden, wovon jedoch wenig zustande kam. Weit beharrlicher hingegen war ich, mit Hilfe unseres Bedienten, eines Schneiders von Profession, eine Rüstkammer auszustatten, welchem zu unseren Schau- und Trauerspielen dienen sollte, die wir, nachdem wir den Puppen über den Kopf gewachsen waren, selbst auszuführen, Lust hatten. Meine Gespielen verfertigten sich zwar auch solche Rüstungen und hielten sie für ebenso schön und gut als die meinigen, allein ich hatte es nicht bei den Bedürfnissen einer Person bewenden lassen, sondern konnte mehrere des kleinen Heeres mit allerlei Requisiten ausstatten und machte mich daher unserem kleinen Kreise immer notwendiger. Dass solche Spiele auf Parteiungen, Gefechte und Schläge hinwiesen und gewöhnlich auch mit Händeln und Verdruss ein schreckliches Ende nahmen, lässt sich denken. In solchen Fällen hielten gewöhnlich gewisse bestimmte Gespielen zu mir, andere auf der Gegenseite, ob es gleich öfter manchen Parteiwechsel gab. Ein einziger Knabe, den ich Pylades nennen will, verließ nur ein einziges Mal von den anderen aufgehetzt meine Partei, konnte es aber kaum eine Minute aushalten, mir feindselig gegenüber zu stehen. Wir versöhnten uns unter vielen Tränen und haben eine ganze Weile treulich zusammengehalten. Diesen, so wie andere Wohlwollende, konnte ich sehr glücklich machen, wenn ich ihnen Märchen erzählte und besonders liebten sie, wenn ich in eigener Person sprach und hatten eine große Freude, dass mir als ihrem Gespielen so wunderliche Dinge könnten begegnet sein und dabei gar kein Arges, wie ich Zeit und Raum zu solchen Abenteuern finden können, da sie doch ziemlich wussten, wie ich beschäftigt war und wo ich aus und einging. Nicht weniger waren zu solchen Begebenheiten Lokalitäten, wo nicht aus einer anderen Welt, doch gewiss aus einer anderen Gegend nötig und alles war doch erst heute oder gestern geschehen, sie mussten sich daher mehr selbst betrügen, als ich sie zum Besten haben konnte. Und wenn ich nicht nach und nach meinem Naturell gemäß diese Luftgestalten und Windbeuteleien zu kunstmäßigen Darstellungen hätte verarbeiten lernen, so wären solche aufschneiderischen Anfänge gewiss nicht ohne schlimme Folgen für mich geblieben. Betrachtet man diesen Trieb recht genau, so möchte man in ihm diejenige Anmaßung erkennen, womit der Dichter selbst das Unwahrscheinlichste gebieterisch ausspricht und von einem jeden fordert, er solle dasjenige für wirklich erkennen, was ihm, dem Erfinder, auf irgendeine Weise als wahr erscheinen konnte. Was jedoch hier nur im Allgemeinen und Betrachtungsweise vorgetragen worden, wird vielleicht durch ein Beispiel, durch ein Musterstück, angenehmer und anschaulicher werden. Ich füge daher ein solches Märchen bei, welches mir, da ich es meinen Gespielen oft wiederholen musste, noch ganz wohl vor der Einbildungskraft und im Gedächtnis schwebt. Der neue Paris Knabenmärchen Mir träumte neulich in der Nacht vor Pfingstsonntag, als stünde ich vor einem Spiegel und beschäftigte mich mit den neuen Sommerkleidern, welche mir die lieben Eltern auf das Fest hatten machen lassen. Der Anzug bestand, wie ihr wisst, in Schuhen von sauberem Leder mit großen silbernen Schnallen, feinen im Baumwollenden Strümpfen, schwarzen Unterkleidern von Sarge und einem Rock von grünem Berkan mit goldenen Balletten. Die Weste dazu von Goldstoff war aus meines Vaters Bräutigamsweste geschnitten. Ich war frisiert und gepudert, die Locken standen mir wie Flügelchen vom Kopfe, aber ich konnte mit dem Anziehen nicht fertig werden, weil ich immer die Kleidungsstücke verwechselte und weil mir immer das erste vom Leibe fiel, wenn ich das zweite umzunehmen gedachte. In dieser großen Verlegenheit trat ein junger Schwinermann zu mir und begrüßte mich aufs freundlichste. Ei, seid mir willkommen, sagte ich, es ist mir ja gar lieb, dass ich euch hier sehe. Kennt ihr mich denn, versetzte jener lächelnd. Warum nicht, war meine gleichfalls lächelnde Antwort, ihr seid Merkur und ich habe euch oft genug abgebildet gesehen. Das bin ich, sagte jener und von den Göttern mit einem wichtigen Auftrag an dich gesandt. Siehst du diese drei Äpfel? Er reichte seine Hand her und zeigte mir drei Äpfel, die sie kaum fassen konnte und die ebenso wundersam schön als groß waren und zwar der eine von roter, der andere von gelber, der dritte von grüner Farbe. Man musste sie für Edelsteine halten, denen man die Form von Früchten gegeben. Ich wollte danach greifen, er aber zog zurück und sagte, du musst erst wissen, dass sie nicht für dich sind, du sollst dir den drei schönsten jungen Leuten der Stadt geben, welche so dann jeder nach seinem lose Gattinnen finden sollen, wie sie solche nur wünschen können. Nimm und mach deine Sache gut, sagte er scheidend und gab mir die Äpfel in meine offenen Hände. Sie schienen mir noch größer geworden zu sein. Ich hielt sie darauf in die Höhe gegen das Licht und fand sie ganz durchsichtig, aber gar bald zogen sie sich aufwärts in die Länge und wurden zu drei schönen Frauenzimmerchen in mäßiger Puppengröße, deren Kleider von der Farbe der vorherigen Äpfel waren. So gleiteten sie sacht an meinen Fingern hinauf und als ich nach ihnen haschen wollte, um wenigstens eine festzuhalten, schwebten sie schon weit in der Höhe und Ferne, dass ich nichts als das Nachsehen hatte. Ich stand ganz verwundert und versteinert da, hatte die Hände noch in der Höhe und beguckte meine Finger, als wäre daran etwas zu sehen gewesen. Aber mit einem Male erblickte ich auf meinen Fingerspitzen ein allerliebstes Mädchen herumtanzen, kleiner als jene, aber gar niedlich und munter, und weil sie nicht wie die anderen fortflog, sondern verweilte und bald auf diese, bald auf jene Fingerspitze tanzen, hin und her trat, so sah ich ihr eine Zeit lang verwundert zu. Da sie mir aber gar so wohl gefiel, glaubte ich sie endlich haschen zu können und dachte geschickt genug anzugreifen. Allein in dem Augenblick fühlte ich einen Schlag an den Kopf, so dass ich ganz betäubt niederfiel und aus dieser Betäubung nicht eher erwachte, als bis es Zeit war, mich anzuziehen und in die Kirche zu gehen.